Peggy 16 Schon seit meiner Geburt ist in meinem Leben diese Existenz. Sein Name ist Aiden und er ist immer bei mir. Mein Name ist Nathan Dawkins. Deine Mutter sagt, du hast einen unsichtbaren Freund. Und, hat er das da auch gemacht? Nein, es waren die Monster. Die A2C will dich als Teil ihres militärischen Schulungsprogramms. Das Training startet morgen früh um fünf. Dass sie wissen, wozu du und Aiden fähig sind. Willkommen bei der CIA. Letzte Nacht ist was passiert. Sie haben ein Portal geöffnet zu Idens Welt? Aiden! Ich bin so fertig. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Sie kommen. Jodie, was hast du getan? Sagen Sie ihnen, sie sollen mich gefälligst in Ruhe lassen. Denn das nächste Mal werde ich sie alle umbringen. Ich bin so fertig. Vielen Dank.